Das Land Nordrhein-Westfalen hat jetzt die Nutzung der Spielplätze wieder freigegeben ab Donnerstag, den 7.05. Ich glaube, das ist eine wirklich schöne Nachricht für Eltern und Kinder. Kinder brauchen Bewegung und es ist Zeit, dass sie wieder nach draußen können. Für uns ist wichtig, dass die Abstandsregeln natürlich auch auf Spielplätzen gelten und dass Eltern gebeten werden, darauf zu achten, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, möglichst, damit Spielplätze eben nicht zu Infektionsquellen werden.